So eine Sache, wenn jemand so gut einfach das, was alle machen, einfach sehr gut macht, aber er macht ja auch noch so andere Sachen, eben mit so einem Gefühl, dass er liebt. Und es ist einer der wenigen Masks, die immer so ganz konsequent Run-Off-Fair machen, um so den schnellen Rücksprung zu coveren und in Berlin gette ich sehr away damit. Normalerweise wurde ich verprügelt. Ich sick. Ofe sagt Liegestütze, ich würde sagen Liegestütze für Leute, die nicht zum Weekly kommen. Obwohl die Rusty ist der Beste, der nicht ein Weekly dabei ist. Wer? Die Rusty. Was? Kennst du die Rusty nicht? Die Rusty, nein. Der möchte zum Weekly kommen, aber schafft es im Moment nicht. Aber jedes Mal, wenn er nicht zum Weekly kommt, gibt er einen Sum. Hello? Mega sick. Wie lange schon? Keine Ahnung. Fünfmal hat er gemacht. Oh, Banane ist im Chat. Ja, Banane ist auch immer im Chat. Wenn er nicht selber da ist. Ne, ich sage, er ist immer im Chat. Oh mein Gott. Karan, der deutsche Piu-Piu-Ju. Auch genannt PengPeng dich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Banane schließt einfach das Panzer nicht. Banane schließt einfach das Panzer nicht. Er ist einfach immer ready in Smash ready. Und manchmal ist er so dampf, dass es Donnerstag ist. Oh oh, oh oh. Diesmal kein Pound. Oh no. Oh damn. Für Boardmash einfach hinschlüpfen. Schön. Aber er hat zu viel. Aber er hat 69%. Deswegen stimmt er auch. War the good thing. Er wollte ja zu früh. Und genau drauf gewartet. Aber das ist so knapp. Schön. Rest. Willkommen im Restaurant. Oh, das war ein richtiges. Oh, what. Er hat es einfach versucht. Ja, das Grab. Kamen will den Grab ganz dringend. Und den Forwardsmash wieder. Jawoll. Ah nein. Oh, der Zepp war zu viel. Pack ihn ab. Ja. 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 Das war's für mich. Das war's für mich. Marley. Du bist der Stream. Ja, ja. 2, 2. Nein? Ich musste gegen Karo. Jetzt bin ich auf Tage. Weil heute komme ich durch den Fleischgrinder. Es ist Donnerstag. Ich gucke schon, wie Karo an alle meine Lieblingsspieler schlägt. Eins, zwei, drei. Marley. Next time in your tournament, can I have a sign that says when's Marley? But you know, like the when's Marley sign. You know, kennst du was when's Marley sign of the FGC? Wenn Leute. Ja, ja, ja. Wenn's Marley. With an H. Marley. Ja, ja. Community literally gaslighted into thinking Nintendo is worth it. Faschism. What the fuck was that? Nintendo is not worse than Faschism. We did not say this. We also don't know if Nintendo and Faschism overlap 0%. I'm not so sure about this. I'm sure they have some common ground. They both like red. Can you imagine? Can you imagine? Like, did you see here a man in the high castle? The show. It's a bit like the Nazis have won. It's a bit like Castle of Wolfenstein story. And, ähm. It's like that Nintendo-Logo, if they identify themselves with the Third Reich. That Nintendo-Logo with the Wagenkreuz. It's really good. Who knows? It's... ...Schwurbeltheorie... ...direct entstanden. The melee community is just like the Velle. They say... Fuck Nintendo. Fuck Nintendo. Fox King. Fox King. What a surprise. He has not played since 2013. If you ever had this question, like, oh, I would totally beat everyone in 2013. Like, I don't think you would. Like a lot of skills were already there. I couldn't even tell. Yeah, 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 yeah. He just played, like... He just played, like, a regular battle. Like, it just... It wasn't like a live track. Yeah, yeah. It's really true. Yeah. You didn't make mistakes. I did pretty good. Yeah, exactly. It's like, I'm bad. It's like, oh, it's gonna be easy. It was like, no, it's not easy at all. Like, it's fun to play really hard and stuff. 2013 was a different meta, though. What's that? 2013? Yeah, the meta was pretty different. Yeah, but does that apply to us? On the meta? Yeah. I was not in the meta, no. Yeah, I think meta only barely matters for us, honestly. It matters. Go on, let's bet. You can boot your category for where I was going. Oh my god. Ladies and gentlemen, we got a 1-1 situation. I should be actually warming up, but I also kind of want to watch. I'll watch more of my game. You must play against Snickford. Yeah. Yeah. I saw you run it, AJS. It was pretty solid. Yeah, it was alright. It was alright. It was finally getting back to my old level, I feel like. And now, only ways up, I guess. But, yeah. I was happy with it. First in the pools? Yeah. Beating King, but King is better placed at the end. Yeah, well, my bracket was kind of fucked. If he had my bracket, like, because Defazan got dropped pretty early into losers. And I'm not, like, I don't know. I lost to Karon and Defazan in bracket. Oh, team. Yeah. And I got, like, ninth, so. I'm pretty sure King wouldn't have beat those either, you know. Like, I mean, I mean, it would have been a toss-up too, but it, yeah. Could have happened to him too. Yeah. And the bracket was also fucked up with, um, Jung Örich. That he wasn't, uh. Yeah, he didn't make it out of pool, sadly. He had a pretty hard pool for Peach, but, uh, yeah. Yeah. Happens. Yeah. Here happens. Yeah, it's still kinda close. Uh, are the stocks correct right there? Yeah, right? Yeah, yeah. I, I, I sent something on the code, uh, uh. And it doesn't be, uh, uh, pressing anymore? Not anymore. Okay. But, uh. Oh, my. Oh, my God. Hey, darling, what's with him? Oh, my God. Janna ist jetzt schon auf einen, ich glaube, aber... Fini-Karon mit Puff würde... Ich weiß nicht... Ich glaube nicht, es wird passieren, aber wir sehen, wir sehen. Ich würde sehr surprised sein. Es war ein Sieg und ein Fuchs. Es war Dronin und Enfi. Und Enfi ist gut gegen Floaties, mit Schick. Enfi hat eigentlich zwei Oat-Denis. Aber ja, ein guter Gletscher bei Karon. Ja, ich habe zu warm-up. Ich habe nicht gewonnen. Ich habe nicht geschickt. Ich habe nicht gewonnen. Ich habe nicht gewonnen. Ich habe nicht gewonnen. Ich habe nicht gewonnen, die Karonne ist Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020